hallo ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge transport fever 2 auf meinem kanal das letzte mal habe ich begonnen die ersten güterlinien einzurichten und lebensmittel zu verteilen heute möchte ich von sion aus einen güterzug nach martini fahren lassen mit martin ihr lebensmittel bekommt und das örtchen auch sehr oben im tal hier sehen wir doch schön sie rechts mit der mit dem schloss die skyline links der bahnhof so dann muss ich gerade mal wieder was einschalten hier und los geht's erstmal wieder mit der maus klarkommen so mal schauen da hinten da hinten wie sieht es hier aus oh ja 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 gut sehr gut ich werde hier die straßen und güterbahnhof so rüber verbinden nach hier irgendwo so eine verlagestelle in dann brauchen die lkw ist nicht hier hinten durch die stadt zu fahren sehr großer vorteil so gleich mal beginnen gleich diesen feldweg hier nutzen ist daheim und hier eine städtische straße draus machen ja so dann gehen wir los eine straße bitte wir malen wir gerade diesen oh die bäume wollte ich eigentlich stehen lassen ich fange es mal auf an hier na geh mal weg trotzdem bauen ja dann muss ich bis dahin gehen dann pass ich das so na komm das hätten wir schon mal eine kurve mit einbauen städtische straße so das hat immer verbunden was haben wir denn gutes so was macht sich natürlich ganz gut schenke das ist dasselbe nur mit einem anderen namen renus kühne nagelermes ellmann was klingt denn mal ein bisschen schweizerisch hier logistik hermes kühne nagel renus schenke daxer ach ist ja wurscht ich glaube ich werde das moment drehen so in etwa oh ja da sieht man schon der güterbahn ist schon angeschlossen ja das macht sich gut so verbindungsstraße ein paar zentimeter geht das so na komm ich mache es auf die alte herkömmische art hier mal geradeaus so dann ist alles angebunden weg 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 wunderbar der güterbahn ist angeschlossen jetzt kann es losgehen ja das kann man später noch ein bisschen ausgestalten hier lkws bkws vielleicht noch ein paar containe wenn ich sonst nichts zu tun habe dann kann man das mal machen ja oder im off aber ich mache es lieber hier so linie einrichten ich brauche eine linie von hier lebensmittelwerk augenblick das ist nicht sion abzweig wie kann man das nennen gut machen wir es so zion logistik gbf güterbahn gut schließen da liegt ja schon lebensmittel hat da aber habe ich da schon muss auch schon linie da sein da fährt die rosa oder die braune die braune das lebensmittelfabrik so wird noch nichts sind da muss ich noch was machen nur sion bekommt glaube ich schon lebensmittel das sind die rkw sion lebensmittel da mache ich schnell mal eine linie hin jetzt habe die post hier kann ich dir auch noch konfigurieren ach so das war das terminal ich wollte ja übersicht ach das gehe ich auf hundert prozent wahnsinn wir lassen das Spiel mal ein bisschen laufen Geld verdienen so gut viel dumm geschwätzt und noch nichts gemacht wie immer so jetzt muss ich endlich mal nicht in die pötte kommen hier linie einrichten hier ist es neue linie die nennt sich dann dann nehmen wir mal eine andere farbe sonst sehe ich hier bald nichts mehr gelb das haben wir noch nicht so lebensmittel und tschüss einmal hab ich da überhaupt schon eine abladestelle auch noch nicht naja sehr gut mal gucken wo das zeug hin muss ach im hinteren bereich gut gebäude wo war die unsichtbare hier nochmal weg machen oh ja oh da ist bald alles da ist ja bald alles abgedeckt ja mach ich hier rein dann hier hin so gut hinzufügen einmal zweimal und lkw lkw es gibt es in sie ja jawohl da brauche ich hier kein depot oder vielleicht unten eins ne gut ich denke mal so drei bis vier das ist tram depot was ach so das zeigt er immer noch stört ein bisschen so gut cargo so schau mal lebensmittel wo ist das brot das war ganz unten so ja hier jawohl nehmen wir das hier oh ja koop koop mal fahren drei stück lang erst einmal 25 kapazität naja die welt ist es nicht aber immerhin so die waren nebensmittel so zeig mal tut sich was eingeschaltet habe ich oh ja wunderschön da kommt was raus koop ja machen wir weiter nächste linie wo fahren die jetzt lang ich doch gerade mal gucken ach so wir fahren da unten ja alles klar nächste linie jetzt muss ich gerade mal gucken hier oder lebensmittel 1 ja ist ok nächste linie neue linie so jetzt machen wir Sion G quatsch gbf lebensmittel na dicke wurscht finger wieder fehlt noch ein Tee jetzt stimmt es so haben wir dann noch farbe dunkelblau haben wir noch nicht das kann man hier schön sehen geht von hier zum zum depot hier jawohl ich denke mal so 3 bis 4 lkw am anfang fahrzeuge kaufen fgb db wieder weiß gerade ne wkw walter fahrzeuge soll mal den walt fahren mein gott walter so 4 stück zack anwenden das was auch noch so linie wo sind wir Sion büder bahnhof lebensmittel pass gut zusammen blaue linie blaue lkw's so bis die kommen fährt schon der erste güterzug mhm gut erster güterzug wieder ne neue linie jetzt mal die eisenbahn da könnten wir auch dunkelblau nehmen oder dunkelgrün mal richtig knallig dunkel sowas ja so linie 1 das wäre Sion martini lebensmittel martini lebensmittel so mass weg mit dir so gut einrichten von hier ja da ist eins egal das martini nach hier das ganze geht ja natürlich wieder zurück jetzt brauche ich noch ein depot für den güterzug hm wie machen wir das am besten am geschicktesten da dum 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 hier müsste ich durchziehen oder ab hier durchziehen warte mal dann könnte ich auch personenzüge hier starten dann mache ich hier mit dkw hin das sind 60er gleise gell alt 60 60 35 jawohl drücken wir mal auf c was doch wunderbar ein bisschen stückchen ins feld hinein gebäude na wo sind wir denn depot brauche ich wo ist die schiene hier so erstmal drehen er schnappt schon rein jawohl ja das war standard muss aber noch abwildern ist sicher der wechsel gar nicht ist auch gut gut lassen wir das so was die 40er gleise oder 60 von mir aus nt abstand 35 jawohl ja sehr gut so dann mache ich gleich noch eine abspannung hinten dran ok machen wir es nochmal so naja gut das muss man so egal zog depot fahrzeug kaufen erstmal elektrisch wo war die r 44 wenn man so stecken da hier hier wird so viel 3 4 4 2 cargo über die massager auch cargo wagen da kommt schon so ja so ja so einer der war gut 12 kapazitäten ne aber hab ich ne 20 20 20 20 alle 20 egal wie schnell die sind die 6 reichen mal für den anfang ein zug reicht auch ja der autoself kommt uns wieder in den weg sehr schön gut weiter geht's hoch machen so wo waren wir hier stehen geblieben mhm ich habe eigentlich noch mal umbenennen den gz davor also für güterzug ja mache ich dann auch so ah da fährt er aus herrlich gleich mal noch nicht so krawall hier ja also einstellung der linie zukunft fahren so habe ich schon was abgeladen hier wahrscheinlich noch nicht lkws hingeschickt die versammeln sich alle hier drüben da fährt ja eine da hat er schon was drauf und so und laden weg laden ist nur hier ne entladen ist es quatsch das ist der verzog auch den lkw hier lebensmittelfabrik laden nicht geladen aber entladen so wenigstens finden sie mal den weg das ist schon mal was wert ist nix dabei ja auch noch nix irgendwo muss noch einer rumgeistert dann dann ja das kommt hoffentlich gleich wo ist denn der güterzug jetzt der schon abgehauen da muss ich mal gucken linie güterzug güterzug siomati ach da muss ich ja hier hin so machen wir so güterzug wo ist denn der kleine racke was sucht dann der da unten darf doch nicht wahr sein darf doch nicht wahr sein darf doch nicht wahr sein scheint er schon wieder raus zu fahren ich weiß nicht was die züge hier für strecken zusammen fahren das sag ich denen doch gar nicht ich begreife das nicht guck mal den nächsten wegepunkt hier das signal werde ich mal mit rein nehmen strecke noch mal aufrufen nach sion kommt wo ist er der hier so wir machen dasselbe martini dass er auf die idee kommt und noch nach Lausanne fährt hier was ist denn das für ein wegpunkt geht da in die andere richtung da muss ich das ein paar signal hier nehmen signal für die jawohl so muss ich halt warten gut dann mach ich mal die lkw linie nach martini rein hier hier könnte man auch so ein ding hin platzieren mal gucken und was nehmen wir es diesmal ups tnt so jetzt muss ich mal gucken oder ist noch die autobahn hintendran ich muss die autobahn umleiten ziemlich nah an die rohen so mal drehen den quatsch jawohl mach ich mal da na wo war er denn hier gut wie weit kann er da nach vorne soweit wunderschön und dann wollen wir mal gleich noch umbenennen obermartini also gbf logistik so dann hätte das auch mal einen namen wieder vorne auf angeschlossen alles wunderbar so dann schauen wir mal wo hier das zeug hin muss hinten hin in diese ecke etwa zack dann machen wir wieder eine abladestelle wo ist sie hier oh da ist aber sehr viel ich muss nur aufpassen dass ich hier nicht ich mach es hier in die seitenstraße rein ja kann ich auch noch das passt nicht ganz dann mache ich in die seitenstraße komm so zack dann haben wir die abladestelle neue linie so das ist die martin lieb lebensmittel und die lebensmittel jawohl gut und wieder war noch halt stopp nein hier in die stadt jetzt was doch wunderbar jetzt sogar noch vorbei jawohl da hinten rum schön bogen macht er wunderbar mach ich doch gleich die linie nach orsiere hoch hier dieses kleine nest linie da kommt mausmaschein dunkel dann sieht man das auch gut so oh sie wo habe ich eigentlich hier 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 ist so lebensmittel mal schauen wo kommen das zeugs hin mal schauen wo machen wir dann eine abladestelle hin ist eigentlich diese ganze stadtteil abgedeckt hier da mache ich keine zweite wegen den vier fünf dingen da dann mache ich sie hier hin ne hier so passt das ist allerdings die lkws von hier losfahren da haben wir hier ein straßen fahrzeug depot so zweimal lkws dann depot straße fahrzeuge schweiz das war jetzt jetzt lass ich mal mikros fahren halt einer zu viel weg immer noch einer zu viel weg drei reichen erstmal für die ganze stadt hier es ist ja kein langer weg dann wenden hab ich jawoll so dann gehen wir alle auf lebensmittel nach martini richtig so gleich die nächsten kaufen machen wir mal zu schweiz dann nehmen wir mal volk auch drei bisschen hoch machen so sehr lebensmittel hier aber ich werde noch keine linie gemacht haben ja genau das ist das problem so sehr lebensmittel martini die läuft schon ja da habe ich fahrzeugmanager nein in je linie muss ich ja gut ok dann wieder von hier ist es ganz nach oben jawoll jetzt passt es auch jetzt passt es auch das depot ah da flitzen sie schon ja da ist die volk jawoll ich werde auch in die linie ich werde auch in die linie ah der fährt da hinten rum durch den tunnel und dann hier hoch ja 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 alles klar und dann da hoch jawoll so das wird das mal ganz ganz alleine jetzt mal laufen ich werde mir jetzt mal diesen güterzug raussuchen und dann werde ich mich von euch wieder verabschieden weil es sind schon wieder 35 minuten rum so ach da wollte ich ja noch güterzug davor schreiben gz so dann kann man das schön unterscheiden was das ist so dann suche ich mir jetzt mal hier das war es mal wieder für diese folge ich hoffe es hat wieder spaß gemacht zuzuschauen auch das sehe ich nochmal wie nett ich würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder dabei werdet in diesem sinne euer Didi tschüss bis zum nächsten wo so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017